Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder Minecraft. Ist wieder immer noch viel zu lang, wie ich schon mal in einem der ersten Videos gesagt habe. Aber ich werde es glaube ich niemals ändern, weil ich bin dran gewöhnt und ja, deswegen werde ich das immer wieder zum Start eines Videos sagen. So, wir haben jetzt folgendes vor und zwar wollen wir in die Unterwelt. Ja, wir wollen jetzt in die Unterwelt und deswegen haben wir uns schon mal vorbereitet. Was aber noch fehlt, was mir gerade aufgefallen ist, diese Gegenstände hier, die müssen wir nämlich auch noch mitnehmen, weil unten in die Unterwelt ist es nämlich immer ziemlich dunkel. Deswegen werden wir uns noch ein paar bauen. Wir haben einen Stick, sehe ich gerade da unten in die Hotbar, aber das lässt sich ganz schnell ändern. Wir haben nämlich hier noch ein bisschen davon. Ich weiß nicht warum, ich mache das aber so. Mache ich irgendwie so lieber als, also so decraften lieber als alles andere. Komm, wir haben hier, ey das ist so geil eigentlich. So zu craften, meine ich. Guck mal, dann nehmen wir den hier wieder raus. So, zack. Der wird zwar in die Hotbar gesteckt, aber den können wir gleich wieder hochpacken. Und dann machen wir so. Den können wir natürlich halbieren. Und schon haben wir ein paar Sticks. Sehr geil. Die ganzen Sticks, die werde ich natürlich auch gleich wieder hier oben reinpacken. Dann haben wir hier die Kohle. Die werden wir natürlich auch hier reinpacken. Und dann haben wir nämlich sofort die Fackeln am Start. Wir können jetzt auf drei klicken. Dann macht er nämlich alles, was da möglich ist. Dann haben wir aber hier mehrere Stacks. Deswegen würde ich eher sagen, wir machen so lange, wie bis da unten ein Stack Fackeln drin ist. Oh, jetzt haben wir sieben zu viel. Nicht schlimm. Guck mal, die kriegen wir ganz schnell verbraucht. Der Rest, der kommt einfach wieder raus aus dem... Ist eigentlich scheißegal. Wie ich schon mal gesagt habe, in der letzten Folge sollten wir die nämlich drinnen lassen. Dieses hier. Diese Konstruktion. Dann können wir einfach rausgehen aus dem Inventar. Und dann wird das einfach in die Dings reingeschmissen. Ich will es aber nicht unten in die Hotbar drin haben. Deswegen lieber ins Inventar rein. So. Jetzt sind wir perfekt vorbereitet. Hier haben wir ein paar Fackeln. Hier werden wir sofort den verbrauchen. Draußen shiftet wie aus einmal ein A-Ber. Das kann uns eigentlich scheißegal sein. Dadurch, dass wir sowieso nach unten gehen. Und zwar dort entlang. Essen haben wir, hoffe ich, denke ich mal auch genug. Viel laufen werden wir da nicht. Und dieses Farm, das würde, denke ich mal, auch nicht so viel Hunger nehmen. Wir haben gesagt, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal so viel Eisen gefunden haben. Also hier. Dann haben wir da unten noch so viel. Das lasse ich erstmal da oben hängen. Ich will mir keinen Stress mit der Lava haben. Ja, könnte ich das hier mitnehmen, ne? Darf bloß nicht da reingeraten, sonst sterbe ich. So, und beleuchtet ist ja hier, weil die Lava halt da ist. Ich will die auch nicht wegbauen. Ich will die erstmal da lassen, weil das ist auch eine Lichtquelle. Und deswegen lasse ich das mal so. Außerdem auch so eine Art Markierung, wo wir gerade uns befinden. Man kann sie nämlich ganz schnell in so einen Höhlen verlaufen. Besonders, wenn man hier sich nur die ganzen Rohstoffe holt, die sich hier halt befinden. So wie jetzt. So, und die Höhle halt unverändert lässt. Dann kann man sich halt verlaufen. Wenn man sich halt nichts markiert oder so. Und deswegen lasse ich diesen Lavafall da, damit der, ja, damit die Markierung da so bleibt. So, weil da, wo die Lava ist, müssen wir wieder hoch. Mehr Lava haben wir nicht gefunden. Also, mehr Lavafälle haben wir nicht gefunden. Deswegen ist es gut zu merken. Okay, hier ist noch Eisen. Das nehmen wir natürlich auch mit. Warum wir eigentlich hier unten sind, ist wegen Steine. Wir können aber alles mitnehmen. Alles, was wir brauchen. Und deswegen, ähm, ja, ist es okay, dass wir runtergehen. So, Eisen. Also, Steine nehmen wir ja nebenbei mit, eigentlich. Wenn man so nimmt. Wir haben ja, so wie jetzt zum Beispiel, einfach mal, um irgendwas freizulegen. Damit wir irgendwo besser rankommen. Und wir werden mal beleuchten, so. Nicht, dass hier irgendwo noch irgendwas spawnt oder so. Weil es sieht nämlich ziemlich dunkel aus. Und wir haben ja gesagt, dass wir mal gucken, ob welche Höhe der Lava ist. Elf. Ich hab's ja gesagt, elf. Und beim letzten Mal, als wir hier unten waren, wegen, ähm, wegen, was war das? Wegen Steine? Nee, Redstone haben wir gefunden hier hinten. Ähm, deshalb, ähm, habe ich ja mal gesagt, dass ich mich um den Lavasee rumbau und da noch jede Menge Ressourcen sammle. Wenn wir das nämlich machen, dann haben wir nämlich jede Menge Steine da. Und, ähm, ja, die Steine da, also das Eisenerz, nehme ich mal hier unten weg. Nicht, dass wir das aus Versehen irgendwo hinpacken. Und dann ist es, ja, hingesetzt. Müssen wir nochmal abbauen, bla bla, irgendwie sowas. Gut. Immer, sag ich mal, so ungefähr zwei Blöcke daneben. So. Und dann kommen wir, denke ich mal, schon klar. Und dann einmal komplett rum, um den ganzen Lavasee. Umso größer der ist, umso besser. Dann haben wir halt so einen kleinen Gang. Irgendwann hören wir sowieso auf damit. Ach so, oh, ich habe mich gerade voll erschrocken. Aber der Stein ist da reingefallen und deswegen... Huh, alles klar. Ganz ruhig, ganz ruhig. Denk an dein Herz. Und so gehen wir halt immer weiter. Und zwar komplett rum. Denn vielleicht finden wir dann wieder Redstone oder mehr Eisen, Gold, alles, was man so braucht. Ich weiß gar nicht, gibt es sonst noch irgendwelche Steine, die ich noch nicht kenne. Aber ich denke mal, Steine haben sie nie aktualisiert, oder? Immer bloß das, was man so kennt. Diamanten wäre auch ganz nice. Sollte man eigentlich auch hier unten finden, auf Höhe 11. Okay, hier haben wir Kies, ganz viel. Ich hoffe, das sackt jetzt nicht einfach ab. Nur weil wir da irgendwas abbauen. Das wäre fatal. Dann würde man nämlich drin landen. In die orange Suppe. So, hier ist das nämlich zu Ende. Dann müssen wir den wieder ein- und ausholen. Damit wir auch wirklich immer zwei Blöcke breit haben. So, damit wir hier einen Überblick haben, nehmen wir die Steine hier auch nochmal weg. Damit wir, ja, einfach nur wegen dem Überblick. Der Fels war alles in die Lava, aber wir haben hier genug Steine unten. Das heißt, den trauern wir überhaupt nicht hinterher. So. So wie es aussieht, ist der hier auch schon zu Ende, glaube ich. Ich habe gehofft, dass der hier noch weitergeht. Aber, ja doch, nee, könnte noch weitergehen. So, die erste Spitzhacke ist hin. Wir haben zum Glück noch eine zweite mitgenommen. Und wenn es ganz blöd läuft, muss ich mal gucken. Ah, wir haben, doch, Holz haben wir noch gut. Gott sei Dank, dann könnten wir uns noch eine Werkbank hinzauern. Eisen haben wir ja auch mitgenommen. Nee, hier scheint da zu Ende zu sein. Es hört sich aber nach Wasser an, hier in der Nähe. Also, hier hört sich wie Wasser an. Und hier hört sich wie Lava an. Gut. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht hier irgendwann überfluten. Dann haben wir Obsidian und dann ist es ganz dunkel. Weil hier brauchen wir nämlich keine Fackeln setzen, wie man sieht. Eigentlich auch ganz gut. Guck mal, hier geht es weiter. Na, siehst du. Das ist doch alle gut. Sehr schön. Was wir einsammeln, sammeln wir ein. Da haben wir das. Jetzt müssen wir einmal rumrennen und dann die andere Seite noch fertig machen. Hier würde es nämlich jetzt weitergehen. Am besten wäre ja auch jetzt schleichen, ne. Weil wenn wir nämlich schleichend Richtung Lava gehen, dann fallen wir da wenigstens nicht rein. So, hier machen wir mal eine Schippe weiter. Die ist sowieso gleich hin. Aber so verbraucht man denn hier halt nicht die Haltbarkeit von der Spitzhacke. So, und so wissen wir wenigstens auch ganz genau, wo wir Lava finden. Falls wir mal Obsidian brauchen, dann wollen wir uns einfach einen Wassereimer gehen runter und holen uns das Zeug. Aber dafür brauchen wir auch eine schöne Diamantenspitzhacke. Ähm, die Schippe ist jetzt hin. Also machen wir so weiter. Ist ja kein Problem, so ein bisschen Erde kriegen wir ja auch so weggeschippt. Die Fackel ist zwar nicht geeignet, aber die verliert wenigstens keine Haltbarkeit. Darum geht es eigentlich. So, und dann... Ah, das würde da reinfallen, ne. Dann lasse ich das mal noch da. Sollten wir nämlich mal, ähm, uns Obsidian holen und dann Wasser hinkippen müssen, dann können wir da nämlich Wasser hinkippen und dort einsammeln und dann erst Obsidian abbauen. Würde ich sagen. Wir machen da aber hier weit... Können wir hier weitermachen oder erst mal andere Seite? Andere Seite können wir immer noch machen. Wir gehen erst mal hier weiter. So weit, wie wir halt da noch weiterkommen. Das ist jetzt keine Steine. Das ist jetzt hier an der Sieg, aber brauchen wir wahrscheinlich auch irgendwann. Wer weiß, wie wir das halt so designtechnisch alles hinbasteln, was wir da so brauchen. Weil wie ich ja schon mal in letzter oder vorletzter Folge war, glaube ich, da habe ich ja schon mal erwähnt, was wir so überhaupt alles vorhaben. Da haben wir nämlich mit der Brücke angefangen, haben wir noch ein bisschen Sand geschaufelt für die Fassade, damit die endlich, ähm, fertig wird. Und ja, da habe ich dann halt gesagt, was ich so ein bisschen vorhabe mit der Insel. Das wird scheiße. Wenn wir dich jetzt wegnehmen, dann fällt alles runter, glaube ich. Oder? Ne, doch nicht. Guck mal an. Aber sie fasst ja aus, so, ne? Nehme ich die auch noch weg hier. Vollständigkeitshalber. So viel war das gar nicht. Jetzt ist Ruhe. Ruhe. Hier höre ich aber das Wasser noch. Ich weiß gar nicht, hört man das auch im Dings? Im... Moment, ich mache mal lauter. Es ist ganz laut. Also müsste man hoffentlich hören. Ich hoffe, dass man hört. Ich weiß es nämlich gar nicht. Aber wenn ich hier die ganze Zeit rumquatsche, dann hört man das sowieso nicht, glaube ich. Aber wenn ich ganz leise bin, oder nur flüster, dann könnte es jetzt sein, dass man das hört. Also ich denke mal, die Lava hört man, oder? Im Video. So, habe ich noch gesammelt. Den können wir natürlich jetzt nicht abbauen. Ist ja wohl klar, oder? Oder wir opfern den. Aber das würde ja nicht viel Sinn machen. Wir lassen es nicht lieber. Siehst du, Feuersteine haben wir auch gleich bekommen. Kann man Schweine anzünden für gebratenes Fleisch. Danke. Kohle brauchen wir eigentlich erstmal nicht so wirklich. So viel schmelzen wir gar nicht ein. So, und dann geht es nämlich hier wieder zurück, so wie es aussieht. Eigentlich ganz cool. Jetzt sind wir ja immer rum. Dann haben wir so viele Steine, wie wir brauchen. Leider haben wir kein Redstone gefunden. Ich habe echt gehofft, dass wir hier das finden, was ich suche. Redstone, Diamanten, irgendwie sowas. Über Diamanten hätte ich mich mächtig gefreut, ehrlich gesagt. Aber Lapis haben wir gefunden. Sehr schön. Siehst du, Lapis gibt es auch hier auf der Höhe. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. So, den bauen wir hier gleich wieder zu. Nicht, dass wir da irgendwann mal reinfallen oder feststecken. Oder sonst was. Gut, dafür haben wir nämlich die Erde auch noch mitgenommen. Für Hilfestellung, für irgendwo hoch oder runter oder irgendwas zubasteln oder sonst was. Dafür eigentlich, dafür nämlich lieber Erde. Davon hat man nämlich immer so viel, wenn man Minecraft spielt. Und deswegen kann man ein Stack Erde immer mitnehmen, wenn man in die Höhle geht. So, gehen wir hier weiter. So, hier geht es weiter. Ist jetzt auch nicht so spannend, dass ich hier rumbaue. Aber ich habe ja gleich am Anfang gesagt, ich werde nichts offscreen machen. Ich werde alles aufnehmen, was ich hier in Minecraft spiele. Und eigentlich fast immer da, wo ich aufgehört habe. Oh, das wäre ja fast schiefgegangen. Und es ist weg. Habe ich eigentlich fast immer so gehabt. Ich stand genau da, wo ich die letzte Folge beendet habe. Meistens ist es bis dahin dunkel geworden, weil ich meinetwegen... Selbst wenn ich durchgehend aufnehme, eine Folge nachher anderen... Selbst denn, ähm... Ja, war ich kurz auf Klo oder so und dann ist es nachts hier in Minecraft. Dann lief das Spiel halt weiter, aber ich stand trotzdem noch da, ne? In-game. Hier haben wir noch ein bisschen roten Stein. Sehr gut. Kriegen wir auch gleich Erfahrungspunkte. Also diese... Ja, eigentlich sind die Verzauberungspunkte, ne? Ist das alle Kies? Ne, ne? Ne, oh, jetzt wäre es schon längst runtergekommen, glaube ich. Wir haben ja hier einen Haufen Blöcke schon weggenommen. So. Boah, das wird immer mehr hier. Als wenn über mir auch ein Koffert ist. Da muss ich echt aufpassen. Ähm, hier sind halt die stillen Lavaseen, ne? Die sind halt immer auf der Höhe. Es gibt aber auch, so wie wir da oben gesehen haben, so ein... Lava-Fall. So ein kleiner. Und deswegen... So wie es aussieht, einfach bloß Kies. Mehr nicht. Nehmen wir mal alles mit. Ich sollte weniger rückwärts laufen. Das könnte nämlich nach hinten losgehen, glaube ich. Ah, siehst du, da kommt alles runter. Huh. Nochmal, ne? Ich muss aufpassen. Am liebsten hätte ich jetzt eine Schüppel, würde alles einfach machen. Oder schneller gehen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so viel Kies jetzt hier bekommen. Wir können dann aber alles einlagern. Das ist alles kein Problem. Und wir sind einmal rum. Eigentlich gut, oder? So, was machen wir denn als nächstes? Ähm... Ja, ne, das machen wir mal fertig. Zack. Ach, da haben wir wieder Kies. Wir haben keine Fackel benutzt, ne? Ich denke mal, wenn wir uns irgendwo anders runterbauen oder so, wo jetzt denn nicht wirklich Lava ist, sondern ich wäre da hinten, wo wir dann andere Red Zone gefunden haben, für die Map, da könnte man weiterbauen. So hat man hier die Gegend und dann können wir da noch weitermachen und so. Jetzt haben wir gar keine Spitzhacker mehr. Aber wir sind ja sowieso immer rum. Kommen wir hier lang? Bestimmt. Den hätte ich trotzdem gerne noch weg. Den oder den da oben drüber. Ach, Mann. Schade. Am besten komplett das Inventar vollpacken mit... Na, komplett nicht, aber... Schleich mal ganz vorsichtig. Vollpacken mit... Spitzhacken und dann ist das nie kaputt. Im Prinzip haben wir jetzt genug, ne? Ich hätte jetzt nämlich sonst so gemacht, dass wir hier hinten weitermachen und hier dann einfach so diagonal runterbauen. So treppenartig, so wie wir halt hier und der gebaut haben. So hätte ich das hier gerne auch gehabt. Aber das wären ja bloß ein paar Dinger. Das ist dieses... Ich weiß gar nicht, kennt man das noch? Ist das noch häufig so... Oder wird das noch häufig so angewendet? Ich habe mal noch Gold. Ich werde mal markieren, damit es schön leuchtet. Wird das noch häufig so angewendet? Dieses Strip Mining. Also wo man halt runterbuddelt und dann halt Gang für Gang immer durchgeht, damit man halt schön viele Diamanten findet. Warum ich das mache? Keine Ahnung. Ich habe einfach bloß Erde dabei und deswegen haue ich die da rein. Ich habe sowieso immer so viel davon. So. Okay, das haben wir erledigt. Hier ist alles hell, alles wunderbar und da oben ging es auch noch lang. Da waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Ich glaube, hier oben sind wir schon mal gewesen, ne? Ja. Ja, wir haben sowieso jetzt keine Spitzhacke mehr. Wir könnten uns jetzt hier eine Werkbank bauen und die unten hinstellen. Vielleicht bauen wir uns hier mal eine Base rein oder so. Direkt hier, wo wir runterkommen. Hier so eingebaut. Schön basic, äh, basic hingebaut. Erzählt so? Ja, basics. Nein, schön hier, ähm, rechter aus so Ofen, damit wir immer Eisen haben. Und, ähm, Ähm, ja, eine Werkbank, in den Ofen reinschmeißen, damit das nämlich die Steinziegel werden, die wir brauchen, für die Brücke, die wir da oben haben und deswegen werden wir jetzt erstmal wieder hochgehen. Ich habe ja mal gesagt, dass wir hier Treppen bauen, aber wenn wir jetzt so dringend notwendig die Steine brauchen, dann werden wir hier wahrscheinlich keine Treppen bauen und die hier einbasteln. So, oben ist es dunkel, wir werden sofort nach Hause laufen. Ja, ich habe nämlich schon gehört. Aua, ich habe ihn schon gehört. Ich dachte, so rennt man schneller, wenn man hüpft beim, äh, Laufen. Dann ist man eigentlich schneller unterwegs. Warum geht er nicht zu? Technik, wa? Verstehe mal einer die Technik. So, Ofen. Was ist da drin? Nichts. Äh, da kommt jetzt auch was rein. Und zwar das. Am besten noch einen zweiten Ofen. So geht es schneller. So haben wir dann mehr, äh, oder schneller halt die ganzen Dinger. Ich glaube, mache ich gleich. So, einmal Ofen bitte. Mhm, mhm. Ja, wie gesagt, das ist mir am liebsten dieses Crafting, weil man kennt die Rezepte und deswegen, oder die meisten Rezepte. Und deswegen, äh, mache ich das so gerne. Okay, den Ofen haben wir gemacht. Der ist jetzt dort. Den können wir gleich daneben hinstellen. Da kommt Kohle rein. Kohle haben wir ja noch. Da, glaube ich. Und noch einmal ein Stackpflaster. Steine, äh, Bruchstein heißt es ja. So, hier haben wir Lapis. Aber können wir nicht wegpacken, weil die haben keinen Platz mehr dafür. Guck mal, wir machen das hier. Folgendes. Ähm, ja, haben wir jetzt erstmal nur in der Hand genommen. Ich habe nämlich einiges vor. Und zwar will ich das hier endlich mal fertig machen. Ähm, ich habe ja gesagt, dass wir hier oben Stufen hin machen. Wenn wir nämlich jetzt hier oben den hier wegnehmen, dann sind wir hier oben an der Decke. Eigentlich könnten wir das denn so lassen. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn gesagt, wie ich das machen wollte. Weil hier oben die Truhe kriegt man jetzt gar nicht auf. Einfach nur, weil da ein Block oben drüber ist. Wenn das aber ein halber Block ist, dann ist das ja kein Problem. Oder wir machen das, ähm, ja, mehr so, äh, wie soll ich sagen, designtechnisch. Wir ziehen hier so eine, ähm, Stuckleiste rum. Oder irgendwie sowas. Weswegen ich meine so provisorisch so eine Leiste. Dass das irgendwie nur so aussieht, als ob. Und dass wir die Truhen da oben rauf kriegen. Oder wir machen immer bloß zwei übereinander. Das geht nämlich auch. Dass die Pfeiler, die stören hier irgendwie doch ein bisschen, oder? Warum hat er die Macht? Einfach nur, damit es stabiler aussieht. Altes Gewölbe so mäßig. Ah, ich weiß nicht. So lassen wir nicht. Dafür müssten wir hier oben die einfach mal wegnehmen. Ich bin mir noch unsicher. Ich würde jetzt gerne hier unten alles schön einrichten, damit das, äh, damit ich die ganze Kram hier, was ich jetzt zu viel habe, irgendwo unterbringe. Warum habe ich zwei? Verstehe ich jetzt nicht. Naja. Was soll's? Es ist wieder hell. Ich war gar nicht, gar nicht schlafen. Achso, es hat ja bloß geregnet. Gut. Wir warten jetzt im Prinzip nur auf die Steine, ne? Komm, wir sind noch nicht fertig. Aber ist ja verständlich. Noch eine zweite Truhe hier oben hin. Einfach bloß für den Krempel. Aber dann fange ich wieder an, hin und her zu suchen. Das will ich auch irgendwie nicht. Guck mal, ein Platz ist frei. Weil ich halt so etwas Holz rausgeholt habe, ne? Den Redstone würde ich auch gerne irgendwo unterbringen. Ja, geht das? Ja. Da ist noch Platz frei gewesen. Okay. Und das Andesit, da geht nicht alles rein. Das ist schlecht. Wir haben eine Blume. Was soll das? Die können wir draußen hinpflanzen. Dann haben wir wieder so einen Platz frei für Andesit. Okay. Was kann man denn noch so? Die Setzlinge. Die müssen da auch nicht unbedingt drin sein. Genauso wie die Rüstung. Die muss da auch nicht unbedingt drin sein. Moment. Haben wir da noch? Hatten wir nicht da? Türen. Zwei Türen haben wir noch. Nice. Dann nehmen wir uns mal die. Pass auf. Wir bauen uns jetzt mal schnell einen Kleiderschrank. Und da schmeißen wir dann die Rüstung hier rein. Das. 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 Und den hier. So. Einfach nur so. Kleiderschrank. Wenn ihr baut, fertig. Okay. Dann brauchen wir dafür zwei Kisten. oder mehrere. Ist mir egal. Für Klamotten. Mensch. Wir werden so viele Klamotten noch kriegen. Einfach nur durch Töten von was soll das? Ach. Wir haben zu wenig. Dann müssen wir erst mal Holz. So. Jetzt könnte es reichen für zwei Türen. Ne. Nein. Ich habe jetzt. Was schaltet der denn um? Ach. Der schaltet hoch und runter. Ah. Interessant. Und der schaltet hier durch. Ey. Geil. Dass ich das weiß. Ich habe jetzt. Okay. Ich wollte jetzt nämlich dieses verteilen. Weißt du. Ich habe jetzt einen Stack von 22 Blöcken. Drücke einen Knopf. Gehe einmal rum. So nicht. Aber gehe einmal rum. Und schon verteilt der das nämlich gleichmäßig auf alle diese Felder. So muss ich das nämlich nicht so machen. Ich weiß aber nicht welcher der ist. Welcher das ist. Weißt du. So meine ich das. Schon haben wir zwei Türen die wir dann halt fertig haben. Okay. Die resten nehmen wir so mit. Hier oben ist unser Schlafzimmer. Da kommt der Kleiderschrank mit hin. Und hier ist unser Schlafzimmer. Ja. Bauen wir hier mit hin. So. Folgendes. Erstmal. Fangen wir an mit. Den raus. Die Truhe bleibt. Dann brauchen wir die. Und. Die Türen. Die kriegen wir jetzt nicht runter. Na super. Dann können wir nämlich die Diorit damit hochschmeißen. Ja. Gut ist. Und. Kleiderschrank habe ich gesagt. Für die Klamotten einfach. Der ist zu viel. Der ist falsch gesetzt. So. Da kommt eine Truhe hin. Eigentlich könnte man jetzt noch eine Truhe oben raufpacken. Weil das hier sind ja Treppen. Deswegen müsste man die eigentlich aufkriegen da oben. Haben wir aber erstmal noch nicht. Wir werden erstmal hier noch. schicken. Schick. Obwohl sieht scheiße aus. Da sind andere Türen um die besser. Und da schmeißen wir jetzt die ganzen Klamotten rein. Dann sind wir die schon mal los. So. Weil wir haben ja was an. So. Achso. Dann kann er wieder. Nein. Zumachen. So. Kleiderschrank. Oder was? Siehst du das anders? Nein. Gut. Danke. Okay. Und wenn die Steine dann endlich fertig sind. Dann können wir nämlich da drüben. Die Brücke weiterbauen. Wenn wir endlich die Brücke fertig haben. Dann können wir nämlich drüben auf der anderen Seite weiterbauen. Was ich aber schon mal gesagt habe. Ich wollte mal unbedingt mal die Welt erkunden. Das werden wir natürlich auch mal machen. Und ja. Dann schmeißen wir den ganzen Stuff hier rein. Der jetzt überflüssig ist. Das zum Beispiel. Die Steine. Die 64, 64. Ja. Doch. Ist ja ein Stack. Dann haben wir hier noch Kies. Jede Menge. Und die Feuersteine. Man könnte sich ein Feuerzeug bauen. Aber würde jetzt wenig Sinn machen. Man könnte jetzt Schweine anzünden. Damit man schon mal gebratetes Schweinefleisch hat. Aber nö. So. Und den hier. Den hier. Den setze ich draußen hin. Ach guck mal. Machen wir gleich die. Ach ne geht ja gar nicht. Ist ja Sand. Lass mal hier vorne. So. Was man hier jetzt so machen könnte. Der folgende. Und zwar. Hier. Die. Ich glaube das mache ich auch. Fensterbänke. Das heißt hier so eine halbe Stufen. Unten drunter. Diese grobe Erde. Was man sich halt baut. Aus Erde und Kies. Weil Kies haben wir jetzt. Das ziehen wir bis hier vorne ran. Und dann können wir hier vorne noch ein paar Blumen hinsetzen. So. Weißt du. Und das würde dann einigermaßen okay aussehen. Nicht einfach bloß Haus. Hin. Auf Erde. Fertig. Und dann kommt hier nämlich halt noch der Weg hier raus. Der dann nach da hin führt. Und nach da hin führt. Wie ich den Weg mache. Weiß ich noch nicht. Es gibt viele Varianten. Die ich immer so gebaut habe. Als Weg. Welches halt so möglich war. Ist. Aber von denen hier kann man jetzt ja auch Stufen und Treppen machen. Also könnte man sogar. Andesit benutzen. Ja. Gut. Alles klar. Gut. Dann. Da kümmern wir uns irgendwann auch mal. Und jetzt hier sieht auch scheiße aus. Da müsste jetzt theoretisch hier der da unten noch mit ran. Ach. So kann man es lassen. Ist eigentlich scheißegal. Gut. Dann. Schönen Dank fürs Zuschauen. Und dann machen wir in der nächsten Folge. Wenn nämlich endlich die Steinziegel fertig sind. Dann machen wir in der nächsten Folge. Die Brücke weiter. Damit wir die endlich fertig kriegen. Ich will nämlich nichts unfertig da irgendwo stehen lassen. Ja. Gut. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.